So, jetzt komm weg ran. Nein, das wird dann dreimal Cash ab. So geht das! Und jetzt aussteigen? Oh nein! Oh scheiße ey, guckt euch das an. Wie sieht's aus? Der Ladebildschirm. Immer noch Ladebildschirm. Na gut, dann mach ich jetzt die eine Mission hier. Wir ziehen das einfach mal eiskalt durch. BMX, da hast du Patty eh nicht so gut. Da soll ich ganz krass. So was von abziehen. Und, äh, nein. Und ja. Ja, übertrieben, abziehen. Nächste Mission versuchen wir nochmal einzuladen. Wenn das nicht klappt, dann ist das halt so. Ja, ich mach in der Zwischenzeit, äh, spiel ich irgendeine andere Mission. Kannst du mal aufs Klo gehen. Ja, Hände waschen. Hände waschen. Hände putzen. Nachdem jetzt die Hände so schnitzig sind. Ah, warte, warte, kannst du mich nochmal einladen? Nee. Warte, warte, warte. Kann ich nicht. Ist schon gestartet worden. Ist gerade gestartet, leider. Aber vielleicht geht's ja nicht so lange. Scheiße, ich hätte einstellen sollen, dass es nicht so lange geht. Da hab ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, auf die Einstellung. Na, dann lohnt es sich. Dann, äh, mach ich jetzt einfach. Wahrscheinlich spielen ja auch noch andere Leute aus der Crew gerade. Dann mach ich jetzt einfach hier einen Job. Vielleicht mit ein paar anderen. Aber mach mal echt nur einen hier. Dass wir dann gleich hier zusammenspielen können. Einen kurz. Das hab ich ja Astralien verkackt hier, glaube ich gerade, oder? Deathmatch, dann mach ich auch einen Deathmatch. Okay, ich bin tot. Da unten ist der Checkpoint, Leute. Oh, hier, das sieht interessant aus. So, mach mal die hier. So. Nein, nicht schon wieder. Okay, aber ich kann den Punkt immer noch bekommen. Achtung, ey, die Mission ist übelst cool, Paddy. Was ist das? Rennen oder Deathmatch? Fahrradrennen, Bergrunde. Achso. Wow. Ach, das, ja, die hab ich auch schon mal gespielt. Ey, das ist richtig, richtig nice. Oh, jetzt mach ich hier einfach auf. Alter, cool. Normal. Ne, Start. Hallo, Sitzung einladen. Ich mach jetzt einfach alles. Letzten Club. Meine Freunde. Da vorne ist der Checkpoint. Meine Crewmitglieder. Jeder mit. Ich kann. Und, äh, was glaubst du, wie lange geht das Rennen? Zehn Minuten, ne, ne? Ne, ne. Das wird nicht so lange gehen. Also eigentlich lohnt es sich jetzt nicht, glaube ich, noch einen Job zu starten. Würde ich fast sagen. Ich hab jetzt aber auch nicht geguckt, wie lange... Ja, guck, die ersten haben schon das Rennen beendet, Paddy. Dann warte mal. Was? Ja. Was ist das für ein... Ja, das ist unsere Crew, die ist halt. Die sind halt saugut, die Leute. Die haben's drauf. Und ich bin 7 da und der 6 ist im Ziel. Ich bin jetzt auch im Ziel, Paddy. Okay. Du brauchst nix starten. So. Wow, hat sich ja richtig gelohnt. Das war aber... Oh, Leute, das ist ein Ladebildschirm. Ey, ohne Scheiß. Wisst ihr was, Leute? Da weiß ich jetzt ganz genau, was ich als nächstes Mal baue. Ich baue auch mal so eine Radrennenstrecke. Oh nein, jetzt kommt so eine Scheiß. Bergab. Mach ich auch mal. Das kann man doch bestimmt noch länger gestalten. Lad mich noch nicht ein. Ne, das müssen eh noch ein paar ziehen. Das rennen läuft noch von dran. So lange wie möglich so ein bisschen Zeit zu schinden. Wieso bist du komplett rausgeflogen oder was? Ladevorgang. Ja, also ich denke mal eine Minute hast du noch. Mindestens. Ja, das werde ich hoffentlich schaffen. Du beendest irgendeine Sache bei GTA Online, ne? Ladebildschirm. Ja, das ist echt penetrant. Das ist ja ein bisschen übertrieben. Penetrant nervig. Bin ich mal sehr gespannt auf die PC-Variante, wie sie es da so gelöst haben. Ich gehe ja zumindest mal davon aus, dass die Ladezeiten sehr viel schneller sein werden. Ich hoffe es zumindest. Hust, hust. So, Fabo hat gewonnen. Gratulation. Sehr schicke Hosenträger. Auf Hosenträger habe ich auch Bock, ey. Ich glaube, Hosenträger mache ich auch das nächste Mal. Aber cool war halt ein bisschen kurz gewesen, ne? Da lohnt sich halt die Ladezeit eigentlich gar nicht. Oh, das rote sieht aber auch geil aus. Das rote sieht sogar... Äh, sind beide cool, aber ich glaube, das rote gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Und sehr, sehr cool hier. Die haben ja, geht ja, die haben unseren Q-Aufkleber auf dem Auto. Beide. Sehr, sehr gute Männer. Jo, Leute, ne? Das kann ich ja mit reinnehmen hier. Eigentlich hatte ich es nicht geplant, aber... Äh, der Paddy, der erstellt jetzt gerade eine Playlist. Eine tolle. Ja. Und er hat ihn seit die Party verlassen. Und dann muss ich erst mal, ähm... Dann wird er mir die schicken und dann spielen wir die. So läuft das, ja? Dank, Keist. Ich würde sagen, machen wir die zuerst. Jo. Dann machen wir ein bisschen. So, dann... Hm, 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 hm. Spielliste speichern. Die nennen wir einfach... What? Man kann das Auto nicht, das stört nicht wegfahren. Oh, sowas nervt mich ja immer. So unrealistisch. Wow, wow. Alter, ich muss mir unbedingt dieses Auto kaufen. Ich fahre jetzt einfach nur schnell, Leute. Mehr mache ich gar nicht. Fuck. So, okay, ist okay. Oh nein, ein Busch. So gut, es gibt mal einen kleinen Cut, ne? Und dann sehen wir uns, wenn die Playlist dann weitergeht, weil... Ist jetzt ja auch nicht so interessant. Bis gleich. Ja, ne, lass mal die Playlist starten, glaube ich. Ich guck mal ein bisschen da. Was machst du da? Die hat gerade alle erledigt. Ich wollte einfach noch... Ne, ich wollte... Ja, die waren alle bei mir mit dem Hubschrauber drin. Und ich wollte unbedingt durch die Windräder durchfliegen. Was aber so semi-gut gelungen ist, halt. He, he, he. Okay, probier mal, ob du die starten kannst. Jo. Und da sind wir auch schon wieder. Hallöchen. Wir sind sogar in einem Team. Oh, guck mal, da hat eine Katze auf dem T-Shirt. Da kriegt jetzt mein Video... Keine Affe. Da hat jetzt mein Video gleich doppelt so viele Klicks, weil ich ja eine Katze im Video. Yeah. Yeah. Aber kein Affe. Keine Affe. Ein Affen bringt, glaube ich, auch nicht so viele Klicks. Affen halbieren die Klicks. Katzen verdoppeln. Ja, stimmt, Katzen-Videos werden doch richtig gehypt. Na, deswegen... Ach, sagt man immer. Hoffentlich wird das Video jetzt übelst gehypt, weil er eine Katze im Video war. Boah, der Katze. 12 Millionen Klicks. Boah, ich hab sehr schöne Beine. Sehr sexy, sehr sexy. Schriftetag. Oh, guck dir, guck dir, ich mein Gesicht. Oh, Granatwerfer ist da vorne. Ja, die Milchern. Oh, wie wiert alle. Ich will da rein, ich will da rein, ich will fahren, ich will fahren. Oh, ich hab eine ganz solide Waffe. So, steigt ein. Okay, ich bin drin. So, Leute, wir machen jetzt Banküberfall. Jo. Das soll so ähnlich sein wie die Bank-Haste-Mission, also. Es soll so in die Richtung gehen. Wird nicht ganz so komplex sein und so, weil die Haste-Mission, die sollst du ja dann richtig cool planen können, so wie in der Story und so. Da freue ich mich schon richtig drauf. Könnte auch davon ausgehen, dass dann definitiv Patty und ich mehr nochmal machen werden als so schon. Auf jeden Fall. Also, da geht's richtig los. Wir rauben jetzt erstmal die Bank aus. Wir rauben jetzt aber erstmal eine Bank aus, die quasi selbst erstellt wurde als Capture. Fuck, das sind schon Leute. Oh, wir werden schon beschossen. Ach, das sind, das sind NPCs. Echt? Man kann NPCs? Was waren das denn? Weiß ich nicht. Ist mir aber auch neu. Okay. Oh. Bank. Weg hier. Go, 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 go. Los. Hop, hop. Okay, ich komme eigentlich mal hinterher hier. Ich bin zur Kamera so weit weg. Hop, 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 hop. Oh nein, die ist noch näher dran. Müssen auch hier die Bank, das Bankgebäude verteidigen. Also die anderen, die Kommersche. Ist das hier hochgegangen oder runtergegangen? Ja, hoch, 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 hoch. Alles klar. Ich werde hier gleich die Koffer klauen. Die da irgendwo verteilt sind. Das sind irgendwo welche. Ach, hier ist das Cash. Du kannst Geld aufsammeln. Oh, geil. Das sind keine Koffer. Das ist einfach Cash. Ah, mich hat's erwischt, Alter. Mich hat's erwischt. Ich wollte gerade in Deckung gehen. Bin ich denn jetzt? Okay, wir sind gleich in der Nähe. Hä? Ja, wir müssen trotzdem den Koffer holen, glaube ich. Nicht nur verteidigen. Shit. Ah, ich wollte den gerade überfahren. Ähm, kann ich Granaten werfen? Ja, der lauert doch jetzt bestimmt wieder hier, oder? Ja, wir müssen aufpassen, Leute. Wir müssen aufpassen, ey. Ich dachte, man... Ja, sammelt doch das Cash ein. Sammelt das Cash. Cash. Ja, das ist... Ich muss ja aussteigen, weil sonst... Ja, ich bin gleich wieder tot. Ja, ja, wir müssen... Ach, shit, man! Bitte, EP. Wir kommen jetzt raus. Echt schwer jetzt, weil die Wanderung ist wahrscheinlich voll übernommen. Okay, ich darf nicht mit dem Auto dahin fahren, das wird nichts. Ja, bitte, die lauern draußen hier, die Leute. Vor der Tür, da müsst ihr aufpassen. Ja, es sind ja... Jawohl. Einer ist down. Einer ist down. Weiter, weiter, weiter. Dürft nicht pennen. Nein, es gibt ihm nicht rein. Unten ist einer, unten ist einer, unten ist... Mal aufpassen, Leute. Das gibt ihm nicht rein. Kann ich Granaten werfen? Nein. Nee. Ah, ich brauche irgendwie Deckung. Go, go, go. Schnell, 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 schnell. Alter! Cash wurde aufrein gelassen. Ja, das liegt hier. Nein! Er hat mich erledigt! Scheiße! Fuck, das ganze Cash liegt jetzt auf. Ganz ruhig. Nachladen. Oh, kacke, Alter. Zeig dich. Cash. Du musst das Cash zurückholen, Leute. Wir werden noch vorne so ein bisschen Eingang... Okay, Ötto LP ist tot, so wie es aussieht. Da kommt aber eine. Da kommt Ötto LP. Happen, happen, happen. Nice, nice, nice. Ich gehe von hinten rein, hier ist noch ein Eingang. Ich folge dir. Der ist eigentlich ganz gut. Mal aufpassen. Sind hier nur welche? Ich schieße mal die Türen auf. Ja, wusste er. Nein, die hauen ab, oder? Mit dem Cash. Was sind die jetzt, die Gegner? Wiss ich nicht. Ach, hier sind sie im Listen. Wo, 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 hinter mir, hinter mir. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Nice. Wie, wie, was geht hier? Da kommt gleich einer. Oh nein. Komm, wie, 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 wie. Scheiße. An den einen hab ich noch erwischt, glaube ich. Das war jetzt gerade zu viel auf einmal. Ich bin noch ein bisschen überfordert gerade. Gleich ist einer. Der Farbe, oder? Das ist ja... Ah, cool, hier, das ist ein Kollege von oben. Kann man nicht mal aus dem Auto schießen. Komm, hier muss ich auffalten, muss ich auffalten. Bäm! Jawohl, nice. Ja, ja, ich komme auch nochmal von hinten. Komm rein hier. Los. Ja, ja, auffalten, 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 aussteigen. Ja, hast du auch hier, Patty. Man kann auch nicht schießen, das ist die Kacke. Ja. Ja, warte, steck aus. Nein, 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 nein. Oh nein. Na, warte. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, nice. Ja, ich hab sie. Da ist ja noch einer, oder? Nee, das war... Sorry. Das war erledigt, der eine hat mich leider auch... Da kommt leider noch einer auf der anderen Seite. Kommt gleich. Achtung. Komm, ich komme hier zu hier. Hatten, hatten, hatten. Nice. Ich glaub, das war die Startposition gewesen. Oh, alter, die Regen. Shit. Da noch einer? Bewegen, 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 ich muss bewegen. Deckung, nice. Da kommt jetzt gleich bestimmt. Ah, da hinten, da hinten ist er. Happen. Nice. Alter. Okay, wollen wir wegfahren, oder? Wo bist denn du? Ich weiß nicht, äh. Ah, hier, du bist neben. Äh, was müssen wir denn noch einsammeln? Das cached ist da hinten. Oh, scheiße. Komm mit. Jo. Drück. Kacke ist, man kann auch nicht aus dem Auto schießen, ey. Ah, du, da kommen welche. Naja, ich habe ihn. Ah, ich steige aus. Ich bin am besten aus, oder so. Nein, nein, ich verlohren. Nein, 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 ich sterb, ich sterb. Ich sterb. Nein. Ich bin aus, ich bin... Nein, ich bin beim Aussteigen direkt umgefallen. Ich konnte gar nichts machen. Das war kacke. Aber ich bin, glaube ich, direkt bei dir. Und hier, wie am Hund schon wieder ein Koffer. Oh, nein, der wird direkt verfolgt hier. Das schnappe ich mir. Go up the stairs into the bank and find the cash. Komm, ich kriege, ich kriege, ich kriege, ich kriege, ich kriege. Sonst ist einer. Ich kriege ich. Du bist im Roten. Ich bin im Roten, ich versuche, den Weißen zu erwischen. Oh, der scheiß Passant, Alter. Arschloch. Noch nicht schießen, das ist die Kacke. Ich kriege da nicht mehr. Eieieieie, ist das aufregend. Aber es macht schon Spaß. Ich finde, wir sind so cool. Ich habe so nicht 100 Prozent. Überblick, aber... So, jetzt komm weg ran. Nein, es wird dann dreimal Cash abgeführt. So geht das. Und jetzt aussteigen? Oh nein. Was wird dir? Du bist tot? Ich kriege nicht mehr, ich kriege nicht mehr. Scheiße, Leute. Scheiße, beinahe hat es geklappt, aber das Aussteigen war noch nicht ganz so geschickt gewesen. Uiuiuiuiuiui. Komm schnell hinterher. Wir brauchen das Cash, Leute. Wir brauchen das Cash. Ich weiß gar nicht, dass ich den noch verfolge gerade. Jawohl. Nice. Der lauert doch jetzt bestimmt hier. Oder der ist bestimmt schon ausgestiegen, oder? Oh, oh. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Die knallen ab. Jawohl. Jetzt vorab, vorab, Kollege. Vorab. Oh, der ist ja weg. Oh nein, der lebt noch. Okay, ich muss weiter. Ich mach Deckung. Jawohl, wir haben das Cash, das Cash. Deckung. Oh, der will ihn verfolgen. Oh nein, oh nein. Wo sind wir? Verhindern. In Ego-Sicht. Er ist tot, er ist tot, nice. Alter. Oh, die Karren haben einfach den Power, ne? Ganz ehrlich. Ja, die sind scheiße. Oh nein, da ist einer. Oh nein. Renn, renn, renn. Einfach in Bewegung bleiben, dann trifft er uns nicht. Oh, schnell weg. Schnell weg. Oh nein, oh nein, oh nein, da vorne ist er. Okay, okay, ich nehme ihn noch. Das sind zwei. Oh nein, weil ich aufgeregt war, Leute. Habe ich aus den... Nicht zum Helmut geguckt, sondern zum Kanal. Mist. Nicht zum Helmut. Kommt er schon wieder von der Zeit? Aber ich hatte auch nicht mehr viel Leben, muss man sagen. Also scheint er die so auch nicht mehr hinbekommen. Oh, die sind an unserer Base. Ja. Fein um mich, fein um mich, fein um mich, fein um mich. Ich hab ihn nicht... Ah, kacke. Hätte er klappen können. Ja. Ah, ich hab hier erstmal die Barrikade gebaut. Oh, hier... Alter, oh nein, hilf, die ganzen Autos explodieren. Bam, einer ist tot. Immer auf den Kopf ziehen, immer auf den Kopf ziehen. Oh mein Gott, hier fliegt alles durch die Gegend, ey. Okay, der ist auch down. Oh, nicht dahin, nicht dahin, sonst sterbe ich nicht. Der Helmut ist da, da ist der Helmut. Ja, ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Shit. Nein, er hat mich überfahren. Nein, du Sau. Knall ihn ab. Happen. Nein. Hä? Oh, es ist zu Ende. Jawoll. Nice. Das war eine gute. Das hat auch immer jetzt Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Die würde ich auf jeden Fall, markiere ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das kriegt ein Like. Weiter geht's mit Epic Big Ramp mal wieder. Ja. Irgendwas. Irgendwas mit Epic. Auf jeden Fall wurde die Akuma empfohlen, dann nehme ich die mal. Oder die Bar ist hier. Aber ich mag die Akuma lieber. Ich konnte jetzt gar nicht so schnell gucken. Was ist zu gar? Ich habe jetzt irgendeine genommen. So. Noch nicht mal ausgeweht. Epic Big Ramp 5. Wir haben natürlich wieder mit Kontakt gemacht. auch wenn ohne empfohlen ist, aber diesmal ohne GTA. Egal, hier sind die harten Boys. Hier sind die harten Boys, jungen. Oh, ist ein Wheelie, Juni. Oh, eine Rampe und hui. Oh, schade, ich wollte noch zur Seite schieben. Ich wollte noch zur Seite schieben. Hier muss man wahrscheinlich bremsen. Hier muss man bremsen. Hey. Habe ich mir fast gedacht. Oh, ich wäre fast ins Wasser gefallen. Also schön hier, schön hier. Jetzt, ach so, da lang. Oh nein, die Laterne. Ja, wir haben so umgefahren. Du sprichst hier rum. Wie so ein aufgescheuchter. Oh fuck, wie soll man denn da? Ach so, hier soll man dann. Lass mich durchbettigen. Das ist doch eh nicht. Ich will, ich will, ich will. Nein, nein, ich, ich, ich. Oh nein. Oh nein, jetzt bin ich ins Wasser gefahren. Liegen dir. Und ab ins Wasser. Platsch. Falsche Richtung. Schaffe ich das noch? Das war erst mal falsch. Ich schaffe das noch. Hä? Warum falle ich denn mitten auf der Rampe hin? Das ist doch unlogisch. Oh, weg hier. Weg da. Die muss durch. Nein, nicht rüber. Ich fliege einfach rüber. Über den Pier rüber. Bitte. Ich habe einen Checkpoint. So. Boah, Kollege. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Hier, wo bist du, du? Es wäre so leise. Das heißt, du bist weiter vorne. Ja, ich bin erster. Alter, wo muss ich denn jetzt lang? Hier. Die Achterbahn nehmen. Das muss ich hier hoch? Nein. Nein. Alter. Das muss so, oder? Aber ich muss echt die Achterbahn hoch. Ach, hier dann. Da dann. Ich denke, ich kann jetzt einfach Gas geben? Fliege ich dann raus? Weiß ich nicht. Ich muss mal raus. Oh, wie soll ich denn? Wartet. So. Weiter, 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 weiter. Okay, hier kann man eigentlich Gas geben. Ich hoffe, es kommt... Oh nein, man kann hier doch nicht Gas geben. Scheiße. Ey, die Strecke ist ganz cool eigentlich. Lass nicht zu viel Gas geben, ey. Scheiße, jetzt hänge ich hier fest. Och nein. Tschüss. Oh, ich bin voll der Assi, Alter. Ich werde gleich das Recall nie. Ach, komm. So weiter. Das ist ja erster. Mein Fehler war... Mein Fehler war, dass ich Vollgas gegeben habe. Ja, das darfst du nicht. Tödlich. Ging aber erst gut. Dann doch nicht mehr. Wie weit... Geht das jetzt hier noch hoch? Ist doch nie eine Achterbahn gefahren hier in... Was hat das? Bist du nie Achterbahn mit... ...mit Motorrad hochgefahren? Ne. Also schon, klar. Ich muss jeden Samstag. Bin ich denn jetzt fünfter? das ist so bescheuert die strecke sagt er immer wenn er verliert dann kommt denn hier mal der nächste checkpoint ist das spiel schuld ist auch noch eine rampe ich wollte überholen jetzt muss auch noch riesenrad fahren da super ich komme ich noch so weit bei mir steht ständig falsche richtung war das bei dir auch so gewesen ja das ist richtig das muss so da hinten ist der checkpoint leute ist richtig es muss so ja da ist der checkpoint endlich jetzt muss ich da rüber hier muss man gas geben klatsch komm den krieg ich aber noch ich hab platz bin ich ich bin auch nur sechster ich will wenigstens noch ein großteil der strecke zeigen dass es jetzt hat sich in der kuh der problemlöser aber wo bist du bremsen und fast guckst du dazu oder was immer auf damit oder so das was du weißt was mir ankommt dass das rennen gleich zu ende ist ich wollte wenigstens noch mal riesenrad fahren davon ist es tut mir leid leute du hängst da so ein bisschen ich hing rum ochmann die strecke die strecke war cool gewesen aber ich am ende dass ich bin überhaupt nicht klar gekommen mit der achterbahn